60 US-Diplomaten verlassen die Botschaft der Vereinigten Staaten in Moskau. Sie müssen in ihre Heimat zurückkehren, als Gegenmaßnahme für 60 russische Diplomaten, die zuvor aus den USA ausgewiesen wurden. Grund ist der Fall des in Großbritannien vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal. Russland bestreitet bis heute jede Beteiligung an der Tat. Es ist lange her, seitdem wir eine derartige Ignoranz gegenüber diplomatischer Moral und internationalen Gesetzen erlebt haben. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir weiterhin entsprechend auf feindliche Angriffe reagieren werden. Aber auch wir wollen die Wahrheit erfahren. Die britische Regierung könne legitime Fragen Russlands nicht übergehen, erklärt Lavrov. Der Fall müsse von neuem untersucht werden. Auf Initiative Russlands wird sich nun auch der UN-Sicherheitsrat mit dem Fall beschäftigen. Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März im englischen Salisbury vergiftet worden. Die britische Regierung machte schnell Moskau für die Tat verantwortlich, ist aber inzwischen wegen einer löchrigen Beweiskette in die Defensive geraten.